Planetarium Bochum präsentiert Space Facts Auf dem Mars sind wir federleicht. Die Planeten unterscheiden sich in ihrer Größe. Der Mars ist der kleinere Bruder unserer Erde, nur etwas mehr als halb so groß. Entsprechend weniger stark ist seine Anziehungskraft. Auf dem Mars hat man nur ein bisschen mehr als ein Drittel seines Gewichtes von der Erde. Wenn also ein Mars-Astronaut 100 Kilogramm auf die Erdenwaage bringt, dann zeigt die Waage auf dem Mars nur 38 Kilogramm an. Da fühlt der Astronaut sich natürlich federleicht und kann große Sprünge machen. Aber das dreifache Essen sollte er trotzdem nicht. Denn dass die Waage so wenig anzeigt, liegt ja nur daran, dass die Schwerkraft geringer ist und nicht etwa daran, dass er abgenommen hätte. Das hat er natürlich leider nicht. Planetarium Bochum block annat das sind ja immer zuorten. Aber das ist ja Masin Plägär Untertitelung des Him научлanten